Hier sind wir wieder mal im Zollamt. Riesenapplaus bitte für Savide Bangba! Herzlich willkommen, ich bin Patricia Otter. Künstlerisch tobe ich mich in sehr unterschiedlichen Bereichen aus. Bei Stille Schreie geht es um die unterschiedlichsten Arten und Formen von Misshandlungen. Es ist eine Kritik an die Wirtschaft, beziehungsweise an die Politik. Das Selfie, hier mit den Starfotografen auf einem Foto. Schicke 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 schicke. Erst der Mann mit der geschäften Dose. Das mit diesen Durchbruch 3D Geschichten muss man zuerst nehmen. Ich bin gespannt, was du da hingekommen hast. Kannst du irgendetwas draufmalen und ich male danach? Ja. Ja. Denbilirabschutz FC Varsta. Schicke schicke schicke. Ja. Das ist doch egal. Dannudaistisk macro. Das ist so egal. Ich glaub's, was ist, was hier jetzt so egal ist. Untertitelung des ZDF, 2020